Tutu Was ist das? Ich glaube nur ein Baum, aber es sieht von hier unten aus wie ein Hubschrauber, dadurch dass so ein kleiner Strich da oben drüber gezogen worden ist Wie schade, dass man hier doch keine Fahrzeuge fahren kann Wie zum Beispiel ein Hubschrauber Was haben wir denn hier? Was seid denn hier? Ach cool Ah, dann mach sie mal platt Er zerfleischt die alle sehr schön Nachtsicht, danke Schachtel, Zigaretten, brauche ich nicht Lalalalalala, wilde Ghule, zur Strecke gebracht Da kommt schon wieder irgendwas Achso, wieder ein Ghule Oh Tschüss Danke für dein riesengroßes Geld Ein leuchtender Ghule Da kommt der leuchtende Ghule Da hat er uns umgefallen Hund down, Hund down Leuchtender Ghule Ich würde auch gerne leuchtender Ghule, ist doch was feines Hund steh wieder auf Danke Okay, also hier ist ein bisschen was an Zivilisation Da, da sieht man was Dann ist da oben Die, glaub ich, Legion, nicht wahr? Da ist ein Parkplatz Ah, ein Parkplatz Gehört man sie wieder schießen Was hier woran gewesen ist Bevor die Atombomben hier eingeschlagen sind überall Also hier haben wir es auf jeden Fall Ich glaube auch nicht, dass da einer noch oben lebt Weil die haben ja schon gesagt Da, die halten ich Funkstille Ich denke, die sind einfach tot Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen Oder in die Richtung Wir laufen jetzt erstmal hier lang Weil es mir so Seltsam vorkommt Sagen wir so Ach, so ein kleiner Skorpion Zack Nehmen wir Oh Nehmen wir nochmal Wir sind bald schon wieder voll Wir müssen endlich mal verkaufen, glaube ich Ha, siehste, war ich doch gar nicht mal Oh Zack Brauchen wir gar nicht aufheben Wir haben nicht mehr genug Oh, doch, ich war falsch Na, verdammt Na gut, müssen wir halt außen rumlaufen Sehr interessant, was man hier alles findet Lalalalalala Auferkundung hier Irgendwo war auch noch eine Irgendwo war so eine Vault Also es sind hier mehrere Vaults bestimmt Man muss sie halt nur finden Warum rennst du so vor, mein Freund? Äh, Rex? Ich glaube, er hat suchen Und Ach, da war ein anderer Hund Ein Funksignal erfasst So, hier haben wir ein Camp Camp Garden Ein sehr schönes Camp Ein wunderbares Camp ist das So, und da sehe ich auch schon den Weg, wie wir hochkommen Tututututututututu Ich glaube echt nicht, dass hier noch irgendjemand lebt Den hat's Den hat's wahrscheinlich hier allen niedergemetzelt Ja, das weiß ich Aber danke, Herr Fallout Ein Skorpion Zwei Skorpione Der ist ein bisschen im Boden reingepackt Eine Toilette, wie schön Ich kann endlich mal auf Toilette gehen Das war ich ja seit Jahren nicht mehr Hinsetzen Latrine Das ist noch irgendwas Böses Man hört schon Oh, das war so ein Riesending, oder? Ne, normal Gut Also, irgendwas gefällt mir hier nicht Ganz und gar nicht Zack So sieht's aus Was am Weg, das hier nach oben ist Was ist denn das hier? Camp Garden Lockseite Können wir das nächste Mal durchlesen Oder ihr, ich lasse es euch zumindest durchlesen Falls euch das brennend interessiert Was ist denn das hier für ein Weg nach oben? Gibt's hier was interessantes? Sieht nicht so aus Zwei Gegner gibt's hier Rindenskopio und Giftrüse Platz Was für die Bruder schafft Du rennst ja schon wieder vor Rund Zack 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 Sie haben das extra Kammerjägerrang 1 erhalten Sie haben das extra Graf tot erhalten Wie die wegfliegt Hui So, jetzt sind wir oben, glaube ich Ich sag's ja, hier lebt nix mehr Die halten keine Funkstille, weil sie müssen Oha Hallo Irgendwie glaube ich, die ist Bucky Ich konnte auf jeden Fall nicht drauf schießen So, die ist leer Warum guck ich überhaupt rein? Leer Ruhe Nehme ich Guck, hier die Powerfaust Interessant Veronika, guck mal was ich habe Jetzt hast du zwei Komm her Veronika Wo rennst du rum? Komm her Ich brauch dich So Inventar öffnen Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ja, so sieht's aus So, hier, du kriegst eine Powerfaust Komm's ja, Fleischse Danke Ich will die schon gar nicht mehr aufheben Das ist einfach für mich nur Müll Ach, da liegt ja schon wieder so eine Seite Ratten Okay, ja, hier hat da einer mehr gesessen Hat ein bisschen sich rumgeguckt Da hat aber ein Schild aufgestellt worden Sehr schön Die halten schon seit längerem Funkstille So, sowas nennt man als die Funkstille Die gucken doch nicht mal nach ihren Kameraden, ja? Och, die haben sich so nach seit Seit zwei, drei Jahren nicht mehr gemeldet Ich denke mal, das Funkgerät ist kaputt Natürlich Und dieses Loch hier Interessiert mich, brennt Höhle von Campgarden betreten Ist ganz schön dunkel Hallo? Plastik Sprengstoff Plastik Sprengstoff 9 Millimeter So, vielleicht können wir irgendwas reparieren Natürlich Nicht Ach, shit Komm her Los Ironica Bewegt deinen Hintern Ach, so Jetzt lassen sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ja, hast du wieder richtig erkannt, so Die 9 Millimeter Pistole Das kriegst du Die Annabelle kriegst du auch nochmal Das dicke Ding Dann sind wir schon gleich um einiges leichter Ta-ta-ta-ta-ta Leuchtende Pflänzchen Schön Mal sehen, was wir hier so finden Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus hier Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus hier Wie krank ist das denn Wie krank ist das denn? Ich hätte sie erschießen können Sie müssen die Verstärkung sein, die ich angefordert habe Wo ist der Rest ihrer Männer? Äh, das war's Kumpel Scheiße Haben sie verdammt nochmal eine Ahnung, was in diesen Höhlen haust? Wir müssen hier Wir müssen jetzt gehen Ähm, alles okay Ich konnte das Ding erledigen Aber vorher Ach, dass mein Bein total zerlegt Keine Chance, dass ich so hier rausgehen kann Ich hab mich still verhalten und gehofft, dass sie nicht bemerken, dass ihr Kumpel fehlt Wir müssen hier raus Bevor sie zurückkommen Äh, Medizin Ach, scheiße So, äh, was haben die Soldaten getötet? Ich weiß nicht Wir sind so ein Mensch-Fischfreak Wie der, den ich da hinten erledigt habe Ja, die, die Backe sind Ich hab die alten Geschichten der Fische über Lake Lurks im Wasser gehört Aber ich glaubte immer, das wären nur dämliche Nein, sind sie nicht Mit meinen bloßen Händen Ich hätte es erschossen, aber ich war gerade dabei, meine Waffe zu reinigen, als sie das So, gut, okay Hallo Ich komme wieder Was soll ich machen? Hab ich irgendwie so ein Ding hier? Selbst dieser Mann oder so, aber nur mit Medizin Reparieren Schmutziges Wasser Nee, nicht wirklich Verleben Na gut, dann müssen wir uns halt hier mal umgucken Bei diesen Bucky-Fischern Darum weiche ich hier an dieser Stelle ab Weil es sonst nämlich nur Ärger gibt Vielleicht sind sie ja diesmal nicht Bucky Aber wie ihr's wisst, waren sie die ganzen letzten Male Sobald wir so gegen ihn gekämpft haben Waren sie Müll Ich hab doch hier gerade einen Gegner gesehen Hm Fischfreaks Fischfreak tot Hallo Fischfreak Irgendwo ist einer Der steht direkt hier dahinter Komm, ranhund Zack Überraschungsangriff Überraschungsangriff Oh man, hier ist verdammt Da fängt's schon an Der Rechner funktioniert nicht mehr gerade Okay, die rennt vor Macht's einfach alle Platz, komm Der rennt weg Ich will abspeichern, bevor der PC wieder abkackt So Von wo kommen die denn jetzt eigentlich Gingst du da hinten nach unten Ja Eindeutig So, der Arm ist ab Wir sind noch am Leben Hier ist alles voll mit den Viechern Sag mal, ist das ein Spaß? So, vielleicht reicht das Zack Zack Zack